Die Kinderin, die die Jury sehr beeindruckt hat und da gab es dann Statements wie sehr schöne Effekte, die Räume wirken sehr hell und modern, Top-Ergebnis, eine Immobilie aus vergangenen Jahrzehnten in die heutige Zeit geholt. Ganz wunderbar. Ja, ein großes Dankeschön, ein Kompliment an die Preistriggerin des dritten Preises, Frau Iris Barber. Vielen Dank.